Wir kommen an einen entscheidenden Moment der Geschichte. In der Geschichte der Dinosaurier und in der Geschichte der Erde. Diese Tyrannosaurus unterhalten den Jungen zu überlegen, aber all ihre Kraft stärkt sehr nicht mehr an sich fest, was ihnen schon bald wieder war. Ihnen steht uns ein Ereignis bevor, dass sich kein Tier einstellen kann. Ein Komet von 10 Kilometer Totsmester raf an einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern in der Sekunde auf eine flache Stelle im Meer zum Klima Später. Das ist ein Komet von 10 Kilometer Totsmester.